ARD Text im Auftrag von Funk Hoi zusammen, ich bin Oli Verlierer, der beste Vlogger im ganzen Universum. Und heute zeige ich euch, wie man... Nicht jetzt! Heute zeige ich euch, wie man einen Lehrer reinlegt. Was ist? Ciao. Bist du der Max? Äh, nein. Wer bist du? Der Luca. Ich habe ein Date mit dem Max. Ich komme nicht. Du hast ein Date mit Max? Ah, hoi Luca, hoi. Ciao. Freut mich. Max, du bist elf. Ja, und? Du kannst doch nicht mit dem Typ ein Date-up machen. Siehst du Luca, habe ich. Ist mir doch gleich wieder heisst. Du hast nicht mit dem Typ ein Date-up zu machen. Du hast einen Bingo-Mast-up! Oli, mach das kaputt! Komm, Oli, komm mal schnell her. Erklär es mal schnell. Es ist eine von vielen. Was? Eine von vielen? Spinnst du? Ja, es ist eine Fan-i. Was? Fans, Henni, Fan-i. Kommst du raus? Du hast Fans? Ja. Eine halbe Million Follower. Und du bist ja verdammt berühmt. Ja, es gibt Leute, die haben mehr. Bei meinen Videoblogs wäre ich jetzt wieder mit 100'000. Wie machst du das? Jetzt haben wir natürlich noch ein neues Album rausgegeben. Ja, genau. Du machst Musik? Ja, ich mache Musik, ja. Das ist das neue Album. Wenn ich mir weggehe, kann ich das dann wieder dashen. Und auf Instagram? Ja, auf Instagram. Du siehst gerade dort oben. Das heisst, das Bild ist von der Studioaufnahme in Los Angeles. Nein, nein, ich meine, wie das klingt. Ja, das klingt jetzt schon etwas anders. Und wir können mit den Produzenten von Justin Timberlake zusammenarbeiten. Ja, das ist egal. Ja, ciao. Ja, ich bin noch ein bisschen dran. Ihr Leute, dann lädt es zurück. Ist gut, dann können wir es schneller. Oh, krass. Der Luca Hennig ist in meinem Zimmer. Hey Luca, kann ich ein paar Videos bei dir posten? Ich komme gleich. Tschüss, ciao. Hey, Oli muss gehen. Weißt du, meine Vlogs? Noch schnell. Das kommt gut. Das kommt gut. Dann machst du das super. Tschöne. Macht's gut. Tschüss, ciao. Halt! Ich brauche noch ein paar Fotos.